Eine Bombe hier im Land! Der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Bundesaußenminister hier auf dem Podium dieses Schauspielhauses. Die kamen alle nur als Tote auf die Insel. Meine Frau kaufte ein Dutzend Trinze. Nicht wahr? Alles! Wo war das? Gräberbesuch kommt nicht die Frage. Die Toten sind ja tot! Die Lebenden sollten sich nicht mehr mit den Toten beschäftigen. Wir sind jetzt gerade geschehen. Ja, das ist gut! Ja! Ja, das ist gut! Ja! Ja, das ist gut! Ja! Auch wenn es um die Wahl geht. Gastarbeiter, Hausbesetzer, jetzt ist Schluss! Schluss! Beruhige dich! Alles klar! Alle Probleme lösen sich am Herzen. Das ist ja gar nicht, oder? Schau! Das ist ja ein Papierrollen. Ein Papierrollen ist das, ne? Ich muss einen verloren haben von einem Lastwagen oder so. Ein Papierrollen ist das, ne? Das ist ja sowas. Du hast nix, ne? Doch, ne? Schau! 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 Ja! Wunderbar! Herrlich! In Uhr 19,5 Sekunden. Nun sehen Sie, Sie sind ja geradezu rasend durch das Gaufenfass gekocht. Direkt! Oh Gott! Schau! 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 Und los! Schau! Ja, na? Wo geht der Herr vor? Von einer Kiefer, dass sie mitnehmen brauchen. Oh... Oh... Na halbe Kinder und dort halt kommt keiner. Ja. Du meinst jetzt auch, wenn du noch was hast? Ja. Gib mir die Deutschen die Tolle Schaub. Sind Sie im Herzen Nationalsozialist? Ja! Nein! Nun, 1,3 halb auf gleich viele Punkte. Alle 2 Jahre kommen gleich viele Punkte entstanden. Dr. Haar hat 1,000 Punkte noch knapp. 9,000 Punkte. Unser Gedankehens geht an den... Aus. UrmworldРИ affectiert! Das ist so wichtig eigentlich... Unser Joy ist Isaac... ... Vielen Dank.